Hallo und herzlich willkommen zu meinem Reiseblog über meine Reise nach Kiel. Ich wünsche euch viel Spass. Unsere Reise begann mit einer Zugfahrt nach Basel. Da wir da lange Zeit zum Umsteigen hatten, konnte ich mir noch einen Sack zum Hungersturm kaufen. Anschließend sind wir in unserem Nachtzug gestiegen und waren am nächsten Morgen in Hamburg. Da es Sonntagmorgen war, war die Stadt wie leer gefegt und man konnte sie umso besser genießen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Nach einigen Stunden bekamen wir Hunger und begraben uns in einen Kaffee. Anschließend ging es schon weiter mit dem Zug nach Kiel. In Kiel angekommen, wurden wir von Olaf abgeholt und wir fuhren zu einem Strand. Danach aßen wir noch einen Döner und ließen dann den Tag ausklingen. Am nächsten Tag war mein Geburtstag. Wir wurden netterweise von Olaf in die Stadt gefahren, wo wir hauptsächlich Kleidung akquiriert haben. Anschließend gingen wir ausgiebig Burger essen. Die Burger waren vegetarisch, haben allerdings schlechter als Beyond Meat geschmeckt. Nach dem vielen Essen ließen wir knapp 10 Kilometer nach Hause. Das war's für heute. Das war's für heute. Als ich in der Stadt nach einer Pizza für einen bekannten Mitziger gekauft habe, war für ein aromatisch-fehrliches Mal gesorgt. Die Pizza hat trotzdem gemischt erstaunlich gut geschmeckt. Am Tag darauf wurden wir mit den Fahrräten eingeschaut. Von dort aus ging es dann mit dem Zug Richtung Lübeck. Lübeck ist eine wunderschöne Stadt während der folgenden Aufnahmen sehen wird. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Da es geregnet hat, sind wir in das Niederecker Marzipan Papier geflüchtet. Leider waren wir nicht die Einzigen und mussten ein wenig warten. Anschliessend waren wir noch im Lachen und haben einige Subeln gekauft. Danach machten wir uns auch schon den Weg zurück nach Kiel. Am darauffolgenden Tag fuhren wir mit Olaf mit Fahrräten zum Strand. Wo wir hinterher das erste Mal auf einem Stand Up Paddle standen. Das letzte Mal auf einem Stand Up Paddle standen goten Maschi fünf色. Im Geisocc MALE Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Danach fuhren wir noch in den nächsten Hafen mit uns auf der Liefen uns. Zum Abendbrot kauften wir verschiedene vegetarische Eggflash-Prozesses und probierten sie. Sie haben gut geschmeckt, trotzdem finde ich Beyond Meat besser. Da wir am nächsten Tag wieder mit den Fahrrädern in die Stadt gefahren sind, erspare ich euch die Aufnahmen. Anschließend sind wir mit dem Zug Richtung Söld gefahren. Dort angekommen, schlenderten wir zuerst herum und liehen anschließend Fahrräder aus, um auf der Insel ein bisschen voranzukommen. Söld ist eine Insel, wo extrem viele reiche Urlaubs machen. Allerdings verstehe ich hinten und vorne nicht, wie man auf dieser Insel länger als einen Tag aushalten kann. An einiger Zeit entschieden wir uns an den Strand zu fahren und dort kurz fahren zu gehen. Danach mussten wir uns auch schon auf den Rückweg machen, da die Fahrt nach Kiel über zwei Stunden dauert. Tags herauf packten wir und machten uns gemeinsam mit Olaf auf den Weg nach Köln. Da im Hintergrund sieht man übrigens mein Sitzplatz. Da Wismar eine wunderschöne Stadt ist, machten wir da einen Zwischenhalt. Leider fing es an zu regnen und wir suchten Schutz in einer Kirche, wo wir auch auf den Dachboden durften. Schon spannend, dass Leute solche Sachen bauen, um für sie unerklärliche Dinge zu erkleben. Danach besichtigten wir die Stadt und nach einer Stand-Hochsprung-Olympiade sind wir weiter auf die Insel Köln gefahren. Das war die Insel Köln gefahren. Die nächsten Tage waren wir nur am Strand und entspannten uns. Einmal machten wir noch einen Ausflug über die ganze Insel, welche wunderschön ist. I've been feeling so small, watched the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. So try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me. No, no, nothing can break me. Try not to hold me down. Feel alive when I'm in this town. Am nächsten Tag mussten wir auch schon losfahren. Wir fuhren zuerst nach Magdeburg, wo wir nach einer Essenspause mit dem Nachtzug nach Basel weiterfuhren. Von dort aus war ich nach eineinhalb Stunden zu Hause. Wir fuhren zuerst. Und schon sind wir am Ende meiner Reise angekommen. Bis auf das Wett war die Reise wunderschön. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Am Schluss vom Video hört ihr noch mein Fahrrad.